Es ist dem Feind gelungen, die Front in Waldaffformation zu durchbrechen. Im Silden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind appariert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marzdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Fehler, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Bottdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feindlinge verbreiteten Versage! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lassen, wie man Messerkabel hält! Jahrelang hat das Militärmeleaktion hier noch behindert! Es hat mit denen nur als Widerstand... Widerstand! Ich hätte weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so vernaht und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Was ist das? Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich das in Berlin verlasse, öffnen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich wie eine Kugel durch den Kopf! Ganz über Sie mal! Es ist dem Feind gelungen, die Fronten bei der Formation zu durchbrechen! Das ist dem Feind gelungen! Das ist dem Feind gelungen!